Hi Leute! Willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016 in meiner Solo Karriere mit dem saure F1 Team. So, wir befinden uns in Silverstone. Es ist wie erwartet für Silverstone natürlich nass. Qualifying lief extrem gut für uns. Wir haben, glaube ich, zum ersten Mal eine Pole Position. Wahnsinn! Spitzenergebnis, finde ich. Bisher läuft alles spitze. Wir haben auch wieder geforscht und haben das Chassis Gewicht um 6 kg reduziert. Wir sind allerdings immer noch das vorletzte Team. Aber der Fahrer weist das natürlich wieder raus hier. Sagt trotzdem Pole Position. Wir sagen, wir haben uns mal an, was das Team jetzt von uns erwartet. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. So, wir sollen dementsprechend gut abschließen. Wir schließen das Rennen auf den 13. Platz ab. Wir haben einen neuen Rivalen. Das ist Carlos Sainz von Toro Rosso. Den sollen wir besiegen. Und Marcus Ericsson, unserem Teamkollegen. Der leider ganz weit hinten ist, im vorletzten Platz. Ich würde sagen, wir starten dann einfach mal das Rennen. Wir befinden uns am Entstehungsort des allerersten großen Preises der Formel 1 Weltmeisterschaftsgeschichte in Silverstone, in 1950. Damals ging Giuseppe Farina als Sieger über die Ziellinie. Und er stand in der Mitte von zwei Kollegen auf einem reinen Alfa-Romeo-Punkt. Der Lohn für diesen Erfolg damals 9 WM-Punkte. Am Ende der Saison hatte er insgesamt gerade mal 30. Die Zeiten haben sich etwas geändert. Denn wer heute ganz oben auf dem Treppchen steht, kassiert 25 Zähler. Eine gute Autostunde von London entfernt war sich mit Silverstone eine der renommiertesten Rennstrecken der Welt. Hier schlägt quasi das Herz des Motorsports mit 18 Kurven auf 5,8 Kilometer. Die Strecke wurde im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Mittlerweile geht die Kurve 1 schnell nach rechts. Und es gibt zwei DRS-Zonen auf der Wellington und auf der Hangar Street. So oder so, Silverstone ist immer Rennereiser der Welt. Natürlich werde ich auch heute nicht alleine kommentieren. In dieser Serie darf ich mit niemand anderem als mit Stefan Römer teilen. Die zwei haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten über das Mittelfeld und den engen Kampf in diesem Mittelfeld. Warum glaubst du denn, Stefan, geht es da so eng zu? Ich denke, es liegt hauptsächlich an der Stabilität der Vorschriften. Denken wir mal nach, was es zum Ende der V8-Ära gab. 2012 hatten wir sieben Sieger in sieben Rennen. Wir sprachen damals von der Dominanz von Red Bull. Doch da ging es selten um mehr als zwei oder drei Zehntel einer Sekunde. Das aktuelle Schema gibt es jetzt seit ein paar Jahren, was sich um die Probleme der Beständigkeit kümmert. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Autos noch technischer als zuvor sind. Also wird es immer etwas dauern, bis sich das Ganze nickt. Denkt daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geht keine Risiken ein. Kann sein, dass die Autos versuchen werden, dich innen zu überholen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startausstellung an, bevor es los geht. Sauber startet also von der Pole. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startausstellung sieht wie folgt aus. Räikkönen, Hamilton, Nico Rosberg und Quert. Verstappen, Sainz Junior, Grosjean und Jensen Bam. Gutierrez, Alonso, Rio Ayanto und Riccardo. Wehrlein, Hülkenberg, Kevin Magnussen und Sergio Perez. Bottas und Massa, Markus Eriksson und Jolyon Palmer vollständig die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit zur Strecke zu schalten. Und da sind wir auch schon. Schauen wir uns mal die Rennstrategie an. So, wir haben 1x2, 1x3 Boxes, wie das so generell üblich ist. So, wir sollen mit weichen Reifen starten und 2x Mediums. Das haben wir in der Personalisierten Version. Das ist quasi ähnlich. Und mit leicht verzögerten Stops. Äh, mit langlebigen Reifen. Ich scheine wohl die Reifen ein bisschen zu schonen generell. So, 3 Boxenstops ist mir irgendwie zu lang. Äh, zu viel meine ich. 3 Boxenstops natürlich auch hier viel schneller. Mit 10 Sekunden fast. Ah, 9. 35. 35. 35. 35. Ja, wir nehmen 2 Boxenstops die Personalisierte Version. So, wir fangen erstmal ohne Regen an. Und am Ende des Rennens wird es wahrscheinlich regnen. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr hoch. Weil es ja alles programmiert ist, ja. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Und mir viel Glück. Uh, Spitzenstart. Uh, Spitzenstart. Ich bin mal sehr gespannt wie Konkurrenze hier sind. Weil Trocknenbedingungen konnte ich im Training. Und Qualifying hatten wir glaube ich keine Trocknenbedingungen. Weiß ich gerade noch nicht. Jedenfalls im Training konnte ich nicht mithalten. Da war das Beste glaube ich Platz 7, wenn ich das richtig im Kopf hab. Was aber auch schon mega wäre. Also das Ziel ist immer noch Punkte einfach. Also Platz 10. Minimum. Uh, da ist der erste schon aus dem Rennen. Alonso. Zwei. Ach du scheiße, ist da denn los? Hohoho. Alter. Was ist da denn passiert? Ich glaube 5 Leute aus dem Rennen glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe. Krass. Da ging ja das kaum was auf jeden Fall an. Ich würde sagen, das schauen wir uns im Replay. Eine Wiederholung auf jeden Fall an. Was da war. Ja, ich sehe es ja mal. So, das geht ja schon mal gut los. Ja, das haben wir ja schon mal. müssen wir auf jeden Fall schon einmal Put Position gehabt haben, glaube ich dass das nicht mit Ferrari war Jo, da ging es aber ab in der ersten Runde, weil da fahren wir mal so viel ausfällig oder nie ich bin mal gespannt, was da passiert ist gucken wie lange das Safety Car diesmal da außen bleibt schön die Reifen schon noch ein bisschen halten das wird wahrscheinlich dann unsere Strategie müssen verschieben aufgrund des Safety Cars Jo, aber macht auch nichts Mediums will ich gar nicht fahren unbedingt würde lieber gerne die Soft fahren Vielleicht entscheide ich mich auch nochmal hätte ich vorhin auch schon machen können Eigentlich sind zweimal Mediums eigentlich zu viel quasi da muss ich glaube ich noch einmal die Mischern wechseln also einmal Mediums fahren und einmal Soft die danach sind glaube ich egal ob die Regeln richtig im Kopf hat dann schauen wir mal wieder wie der Rennfall auch so ist wie der Rennfall auch so ist die Platzierung wir hier rauskommen beim ersten Box-N-Stop wie wir jetzt einmachen würden natürlich ganz hinten und was kommt dann weit dann da ran oh, da ist da ganz schön so langsam auch mal wieder rein bitte ich möchte hier ungern weiter rumgurken macht keinen Spaß so die Strecke scheint da frei zu sein da muss ja das Problem eigentlich behoben sein da wird abgebringst so, das Sprit machen wir mal auf Standard zu viel ansammeln so, Weikern und Vetteln hinter uns einfach mal ein bisschen anwärmen aber komm Safety Car jetzt geht da mal rein ja und noch 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 eine Safety Car ehhh das ist ätzend für die Racing Leute wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weiter machen oh, doch doch mal hm wie geht denn aus auf? auf harte? nöööö wie ist denn harte? Anwandlung was soll ich denn mit Hafer reifen? was soll ich denn mit Hafer reifen? ja wie er versucht noch mal super soft einzusetzen beim letzten Reifen Reifenwechsel wechsel das hatten wir jetzt welche Runde Boxestop 6. bis 9. Selle auch gleich schon aber das machen wir auf keinen Fall die Reifen sind ja wie nicht abgenutzt bei Auffang 11-12 Prozent sind es bei Auffang 11-12 Prozent sind es ja auch schon fehl ich hoffe dass wir hier einfach rumschleichen uah das reicht noch endlich ein Delta im Auge bis das Safety Car wieder in der Box gefüllt jetzt geht's los cool jetzt mal nicht zu viel Sprit angesammelt hab nämlich deutlich langsamer So, Restart war schonmal okay, konnten wir unsere Position behaupten. So, da kommen wir völlig raus, Scheiße, nicht gut, der erste Angriff von Vettel, boah, da schießt das jetzt ein, Scheiße, Reikern oder was? Aber wie gesagt, mit trockenen Bedingungen haben wir schlechte Karten, mein Auto zieht er weg. Ich gehe aber noch nicht in die Box, das ist alles grün. Okay. Okay. So, wenn wir Reikern dann dranbleiben können, ist das schonmal ein gutes Zeichen. So sieht man es so aus, ich habe es jetzt früh eingelenkt. Ja, deutlich besser gekriegt jetzt die Kurve. Ne, noch lange nicht, das ist alles viel zu früh. Mal 25% Abnutzung, alles grün. Mal gucken, wie es in drei Runden aussieht. Okay, die Rennleitung hat das BRS jetzt aktiviert, BRS jetzt aktiviert. So schön. Ich muss die auch mal reinziehen, dass wir einen sauberen Ferrari jagen. Das wird in einer realen Welt nicht leben. So, nach hinten haben wir ja gut Platz. Reikern dann haut uns auch wundersamerweise nicht ab. So, das ist ja. Den Kurven kommt immer wieder ran. Sehr schön. Die Reikern ab und sonst auch noch. Tipptopp in Ordner. Ja, das ist alles noch zu früh hier. But stop. Machen wir nicht. Oh, der ist. Sehr schön. Schön. Bester 6 halt wieder. Schönes Ding. Und auf dem zweiten Platz. Ich glaub's nun. Warten. 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 Do R residence. Marken unten. Adag. Warten. Warten an. Warten da unten. Warten wir Warten. Warten wir langsam an. Daher darf man die Zeit nicht überbewerten. So, jetzt kommt die Abnoten langsam rein. Man kann Racon nicht mehr so die Stirn bieten. Vielleicht habe ich jetzt auch 1-2 Fehler gemacht. Jetzt kann man nicht mehr mithalten. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt reinfahren werden. Die Rundenzeiten werden schlechter, also ab in die Box. Jetzt sind wir die Einzigen, die wir haben. Die sind weit vorne vom Feld. Sie scheinen schon alle in die Box gefahren. Da kommen wir richtig schön raus, glaube ich. Massa fährt auch in die Box. Jetzt sind wir auf Platz 3 aktuell. Kommt Jungs, schneller brechen Sie raus. Sehr schön. Geil, wir kommen auf Platz 3 raus. Sehr geil. Das sieht ja mal gut aus. Vorhimmel, komm mal raus. Ah, keine Ahnung. Scheiße. Da, da sollte man noch bremsen. Der Boxenausfahrt. Eine Sekunde? Ich glaube, ich habe hier weniger. Der Zettel ist ganz weit weg. Da habt ihr euch wohl vertrauen, Chef. Oder habt ihr schon damit gerechnet, dass ich mich überholt. Nix ist. Ich werde aktuell noch mal auf Fett lassen. Ja, gut. Gut, Reserven. Da kommt der erste Angriff, oder? Ja, noch nicht. Möten 30 noch nicht. Jetzt sind beide aufs Glas. Schau mal raus. Oh, 10 Minuten schon. Oh, das geht mir am Arsch. Da habe ich trotz Fett scheinbar keine Chance im Moment. Der wird auch gleich an mir vorweigehen. Oh, jetzt kommt der schlechter weg. Jetzt kommt der Angriff. Madonna. Ein noch zu weit weg. So. Frei rund. Dann sind wir bei der Hälfte. Bisher läuft alles nach Plan. Oh, Fettel kommt an die Box. Cool. Wäre mal gespannt. Schön gut rauskommen. Scheiße. Leicht zu weit. Links. Oh, viel zu weit rechts. Scheiße. Ah, sorry. Gibt zu Recht eine Verwarnung. Schnell zur Runde. Aber mit Abkürzungen leicht. Uh, ein Fettel kassiert. Sehr schön. Schnell zur Runde. Aber mit Abkürzungen leicht. Uh, ein Fettel kassiert. Ja. Hammer wird richtig angepisst sein. Dass es von dem Sauber nicht vorbeikommt. Bekriegt sich da jetzt gleich mit Fettel. Wahrscheinlich. Das ist zu doll über die Körb rüber. Ganz schwierige Passage hier. Jetzt kommt er aus Angriff. Boah, Family. Mit der Brechstange hier. Oh, dann lassen wir ihn mal ziehen. Boah. 25 Sekunden. Das ist Eikon in vorne. Krass. Krass. 25 Sekunden ist er da. Vor uns. Direkt quasi. Ja, das heute alles so stimmt hier. Ich weiß ja nicht. Ist er doch schon zu sehen. Aber keine 25 Sekunden. Ah, komisch. Ich bin so froh, wenn ich dranbleiben kann. Ganz ehrlich. Was ich tue. Ich lebe ihn mal im Arsch. Ich lebe ihn mal im Arsch. Das mit dem Sauber, ey. Wahnsinn. Ich glaube es immer noch nicht. Ich werde hier attackieren. Und... Sorry. Ah, komm. Fah vorbei. Lass dich vorbei. Das war nicht so... ...feine englische Schule. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner Fahrweise. Ich habe den Kurs eigentlich ganz gut drauf. Ich habe das nicht gedacht. Der Silberzone ist echt schwer für mich. Aber man sieht es auch ganz deutlich, dass die Benzineffizienz mega wichtig ist. Wie lange ich hier schon auf Fett fahre. Ist geil. Nur deswegen können wir natürlich auch dranbleiben am Hamilton. Die Standardmaschung werden wahrscheinlich keine großartige Chance mehr haben. Das vermute ich mal. Ach, scheiße. Bin mal gespannt. Ob es gleich noch regnet. Heute haben wir wieder sehr gute Karten. Oh, nächster aus dem Brennen. Na ja. Was macht die KI denn? Ja. Ist Monte Carlo her? Oder Baku her? Verstehen. Oh, da ist hinter uns einer. Ein Vettel. Holt auf. Mal gucken, wie der Reifungsverbrauch ist. Das ist viel zu früh vorkommt alles. Ich lasse mal an. 22% gerade mal. So, gleich in die Box. Weiß ja nicht. Das so Sinn macht alles. Mal den Verbrauch beobachten pro Runde. Ja, nur noch 12 Runden. 24 haben wir. Aktuell. Mal gucken, wie das steigt. Mal gucken, wie das steigt. Aber als wir durch Ski. Mal gucken, wie wir das sind. Jungs mit dem den B мойso. Ach cool, wir können erstaunlich gut am Hamilton dran bleiben. Perfekt. wieder DRF Na, das war schlecht Das wäre gut für uns Kommt Faddle Das wird aber... Doch, Faddle ey, Arsch Oh Leute Was macht ihr denn hier? Wo würde ich denn hin? Zwei Plätze verloren Abwarten Vielleicht kommt der Regen Ich werde nochmals ein bisschen raus zögern, wenn gleich Regen kommt Kann ich mit dem Boxestop nämlich sparen Nach hinten ist auch viel Luft Fünfter Platz Super Wir sind Vorfallens Auch Spitze Von dem her alles in Ordnung Wird sich cool, wenn es jetzt anfängt zu regnen Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht sehen Wie bitte, die Verbindung riecht ab Schauen Dachte Kann ich mal sagen Die Leifenscheine aber auch jetzt ganz schön abzubauen Da vorne habe ich echt keine Chance mehr Ich glaube dann nämlich doch die harten Ich glaube dann nämlich doch die harten Und Rosberg ist auch rein Oder? Wir haben ihn Fertig, los jetzt So, dann kann man das vor uns wieder So Sehr schön, dass es im Vortritt Ja, scheiße Ach Jetzt fängt unsere Eugen Scheiße Da bin ich zu früh rein Die Runde ist abgewartet Sind wahrscheinlich alle rein Ab Intermediate Das war ein Boxestop umsonst Wahrscheinlich Das war ein Boxestop umsonst Das war ein Boxestop umsonst Ich habe noch genug Benzin Ich habe noch ein Boxestop umsonst Ich habe noch einen Boxestop umsonst Ich habe noch einen Boxestop umsonst Ich habe noch einen Boxestop umsonst Das war der Fall Das war genau 8 Runden Gucken ob der Regen das noch mal alles durchwirbelt. Ich wollte da jetzt, was ist das Markus, der in der Box ist. Sonst fährt aktuell noch keiner. Aber ich würde sagen gleich. Noch nicht, noch fühlt sich alles ganz gut an. Hier hat man jetzt ein bisschen gemerkt. Voll, außer wir liegen hier weg. Es fing ganz gut an zu regnen. So, dann sind wir wieder vorzahlen, sehr gut. Hier auf jeden Fall. Da habe ich eben auch gemerkt, dass der Griff ein bisschen verloren geht. Oh, noch gehts? Noch. Oh, hier merkt man es. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest mit aktuellem Plan durchdrehen oder es mit dem neuen Versuch? Komm, jetzt unter mir jetzt, ne? Jupp. Ja, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Noch mal bitte. Alles gut. Ist ja schon übernommen. Oh, jetzt ist es aber auch Zeit. Oh, jetzt ist es aber auch Zeit. Oh, jetzt ist es aber auch Zeit. So, jetzt haben wir noch mal richtig gute Chancen. Die letzten 7 Runden. Eimeln bleibt draußen. Cool. Achso, Rostock ist vor uns. Deswegen müssen wir draußen bleiben. So, das wird das Ganze nochmal durcheinanderwirbeln. Kommen auch alle rein. Go, go, go. So, 3 Sekunden. Aber alles okay. Kommen auch Platz 5 raus. For Science. Alles, bitte. Nichts mal läuft es gut für uns. Kein Flügelschaden. Nichts. Sehr gut. So, bitte weiter. Intermediate sind auch genau meine Bedingungen. Wenn es nass ist. Das habe ich im Qualifying schon gemerkt. Das ist dann vorbei. Sehr gut. Jetzt fahren wir bis zum Ende durch. Ich wollte sagen, ich habe die Pol auch nur wahrscheinlich ganz stark von aus bekommen, weil ich auch Intermediate fahren konnte. Und da bin ich einfach gut. Ich muss noch einmal den Benzin ein bisschen runterdrehen. Das Gemisch. Das Götchen. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht weiterreden. Das ist dann gerade mit dem Götchen. Keine Runde vorbei, aber wir sehen auch, wir kommen schön ran, nur keine großen Fehler machen. Ich würde sagen, jetzt sind wir am DAS Fenster, aber gibt es ja nicht bei Regen. Oh, den schönen Windschatten. Zu spät. So notierisch aufpassen, dass wir das schön versetzt fahren, weil wir teilweise in den Kurven echt langsam sind. So wie der hier zum Beispiel. So, wir kämpfen wieder fürs Podium. Wenn wir Ostberg haben, dann haben wir Platz 3. Hey, das wäre es doch wieder geil. Etwa fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch auf. No more Fett hier. Ausberg ist auch schnell. Auf jeden Fall. So, hier kommen wir wieder ran. Vorrat Ostberg ist auch erstmal nichts. Also wenn, dann nur ihn. So, jetzt schön dran bleiben hier. Auf der Geraden. Jetzt die erste Chance. Das sieht gut aus. So, sieht gut aus. Ja, ein bisschen weit weg. So, wir campen hier. Sorry, Ostberg. Das war nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Das war zu spät. Das war zu spät. Ich glaube, heute nichts passiert ist. Ich glaube, für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. So, sehr schön. Jetzt haben wir ihn. So, ich habe sein Auto nicht beschädigt. Gerade eben echt langsam wurde. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 20,9 Sekunden. So, Fett war aber keine Chance mehr. Aber, sorry. So, wir haben noch Benzin für etwa vier Runden. Wir haben die Aufmischung 2 umzustellen. Umzustellen auf Mischung 2. So, gleich die letzten drei Runden. So, gleich die letzten drei Runden. Nächster aus dem Rennen. Boah. So, wir fahren alle da ausgefallen sind jetzt von dem Rennen. Wahnsinn. Das wäre natürlich für unseren Teamkollegen auch gut. Wenn man durchkommt. Ich verliere sogar Zeit. Schau mal. Schau mal. Schau mal. So, jetzt kommt die Flamme. Da ist an der linken Fliegel Das ist Wasser Das ist Wasser 2 Runden noch Gleich 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus Ok, der Abstand zu Zordermann beträgt 20,6 Sekunden Ok, an die Teile kommen wir wirklich nicht ran Es sind sogar schneller, glaube ich Aber macht nix Podium, Podium, Podium Haben wir aktuell Nur vor Rosberg bleiben Das sieht sehr gut aus Das sieht gut aus Das kann auch erstmal fett bleiben So den Rosberg ein bisschen absetzen Ein paar Informationen zu Gutiérrez Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsam Ja, ich würde sagen, der Regen ist uns wieder gnädig Bei der Wettergott Ich mag zwar eigentlich kein Regen Ich war lieber natürlich mit Flicks Aber ich bin im Regen auch einfach gut Zumindest besser als die KI Auf dem Schwierigkeitslevel hier Von daher freut es mich natürlich auch Hier ist da Ein bisschen was raus Ey, verbrech mich nicht Ich bin froh, dass wir hier immer noch ein bisschen was rausholen können Wie gesagt, Pole Position auf Intermediate gekriegt Jetzt die perfekten Bedingungen Um das fortzuführen Aber War halt zu lang trocken Das hat man auch gesehen, dass wir Keine Chance haben Gegen die Top Teams Auf Flicks Auch bei Hamilton haben wir das gesehen Wir konnten jetzt auch dran bleiben Aber überholen konnten wir nicht Für eine letzte Runde Die letzte Runde des Rennens Yeah Das ist doch alles spitze gelaufen Würde ich sagen Okay, guck ich jetzt Überholen wir Runde sogar auf Wenn wir Ein paar Runden gehabt hätten Aber das hätten ja dann 20 Runden sein müssen ungefähr Ja Na komm Kann ich auf Mager ein bisschen machen Für Sicherheit Sehr schön Letzte Runde nochmal genießen Wieder am Podium Ah, ist das schön Und das wird fucking sauber Glaub's nicht Wahnsinn So Kimi hat das Rennen gewonnen Vettel wird dann Zweiter Und wir Werden Dritte einem Sauber Juhuu Da kommt die Zielflagge Bäm Bäm Yeah 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 Gute Arbeit Du hast dich wirklich gut geschlagen Brerian gefahren Danke Danke Und wieder ein ausgezeichneter Sieg von Ferrari Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufkommt Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrbahnen zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein um anzugreifen Mit dieser Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil Jeder Fahrer träumt von diesem Moment Das war ein unglaublicher Grand Prix und hier kommen nun unsere Top 3 hinaus auf das Podium Ja 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 Sehen wir uns nun die Fahrerranglichter an Kimi Räikkönen übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Ich würde sagen Markus Eriksson. Auch Tuchfühlung mit anderen Autos verfügt ja über ein äußerst feines Gespür und er hat sich im Laufe der letzten Jahre sehr gut weiterentwickelt. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM-Haut. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Zauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne macht. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Yeah, Zauber ist mega zufrieden, da hast du recht. Schön Platz 3 und mein Teamkollege auf Platz 13. Da konnte ich auch mega nach vorne kämpfen. Von Platz 21 auf Platz 13. Also 8 Plätze, gut gemacht. Super Markus, gut gemacht. So, und jetzt nochmal hier, also 5 Ausfälle. 5 nur, das war da sogar ein bisschen mehr an. Bin ich der Meinung. So, egal, jetzt gucken wir uns nochmal die erste Runde an, da werde ich nochmal wissen, was da passiert ist. Mal unseren schönen Start nochmal angucken. Mal auf Flix. So, da kommen wir richtig schön weg. Wir können uns da schon absetzen. Zack. So, wenn wir das hinterher Feld ein bisschen mitbeobachten. Schöne Aufnahme. Da unser Blue Yellow Car. Unser schöner, sauber. Ich finde die Farbe auch cool. So, dann sieht man noch schon irgendwas. Noch nicht, wenn wir mal zurückgehen. Ein bisschen. Kamera wechseln. Oh, da ist passiert. Oh, das sah aber nicht gut aus. Das sah nicht gut aus. Mal auf den ganz letzten. Zack. Uh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, gucken wir mal hier. Da was erkennen können schon. Was hat die denn da gemacht? Da kommen wir nicht zu. Ein paar Plätze nach vorne. Oh, da ist es jetzt. Zack. Da wollen sie sich. Bekriegen. Dumm. Schau mal hier. Da hast du ja Perspektive. Da schiebt ihn schön da vorne weg. Zack. Bam. Und da ist die Machenkampolage. Perfekt. Der erste Ausstieg. Der erste Ausstieg. Ja, nicht so gut. Gelaufen, würde ich sagen. Da kann man sehen. Da schiebt er ihn schön. Bumm. Am Hinterrad. Bam, 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 bam. Und ein bisschen zurück. So, hier haben wir, glaube ich, eine gute Ansicht. So, jetzt kommt die Szene gleich. Da fährt er schon ran. Und zack, schiebt ihn weg. Bam, die drehen sich. Nehmen noch einen mit. Da den nächsten. Zack, drei aus dem Rennen. So, da sind wir wieder auf meiner Kamera. Ich bin natürlich langsam, weil das Safety Car schon da ist. Ein bisschen Vorspulen. Safety Car auch noch draußen. Bleibt auch draußen. Noch eine Runde. So, jetzt fährt es, glaube ich, rein. Ja, das ist meine Bewegung gewesen. Die Reifen haben auch Temperaturen ein bisschen bringen. Immer noch eine Sparflamme. Und jetzt geht es los. Komm schön weg, also hat alles geklappt. Aber, wenn man auch sieht, also ich komme nicht richtig weg. Da kommt quasi schon der erste Angriff. Von Vettel, weil da schon auf jeden Fall nicht mehr Benzin hat. Also ich hatte auch wahrscheinlich zu viel Benzin drin. Jetzt hätte ich vielleicht nochmal bessere Chancen gehabt. Da sammle ich mir ein bisschen zu viel an vielleicht. Aber, das war alles im Bereich des Möglichen. Was die Platzierung angeht. Also Platz 5 war ja irgendwann dann. Und das war alles völlig okay. Kann man mal gucken, wo wir überholt wurden. Da wurden wir überholt. Da hatten wir keine Chance. Da bremst ich mich auch leicht, oder? Ne, Vettel macht ja Attacke. Jetzt genervt. Kann man Bock drauf. Oder Ekonen war es glaube ich. Dann zieht er auch gleich weg. Mal gucken. So, ein bisschen zumindest. Nicht viel, aber ein bisschen. Okay. Gut. Ich würde sagen, alles super gelaufen. Platz 1 gestartet. Mit Glück natürlich. Wegen Regen. Konnten wir uns dann nochmal hochkämpfen. Dank dem Regen. Einen guten, sehr guten dritten Platz. Muss man ja schon sagen. Also ich bin super zufrieden. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Kimi Räikkönen übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Heute war das für mich Kimi Räikkönen. Er war beharrlich, erfolgreich in Duellen und strafft die richtigen Entscheidungen. Er kann mit dieser Leistung sehr zufrieden sein. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteur. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgemacht. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne macht. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn Sie das nächste Rennen verpassen würden. Aber den Fehler machen Sie nicht. Wir hoffen, Sie wiederzusehen. Also bis dann. Ja, hatten wir schon. Sauber ist natürlich sehr zufrieden. Wir konnten einen Platz gut machen auf dem fünften Platz. Ich selbst konnte mich auch verbessern vom sechsten auf den fünften. Also, was will man mehr? Unser Teamkollege konnte sich glaube ich nicht verbessern, weil er leider keine Punkte bekommen hat. Na klar, 13. Platz. Aber ist immer noch ein 21. Deswegen schade natürlich. Aber ich konnte ein paar Punkte sammeln für das Team. Und damit sind wir auch in den Top 5. Nach oben ist jetzt schon das ist alles noch ein Benefit. viel mehr Chancen haben wir eigentlich auch gar nicht mit dem Auto. Außer im Regen. Da macht es aber einfach meine meine Fahrkanzler. Sonst haben wir leider keine Chance. Ja, schauen wir uns mal die Punkte an, die wir gekriegt haben. Meine Berechnung müssten wir jetzt wieder forschen können. Schauen wir wieder. Punkte sehen gut aus. So. So. Privane Update sieht auch spitze aus. Alle Punkte kriegen wir. Bäm. Nimmt das gerade aus. In your face. Sehr schön. Schon die Hälfte der Punkte für uns. Sieht also spitze aus. Das ist das Wochenende. Auch hier volle Punkte. Sehr gut. Na ja, nochmal Geräropunkte. Das ist nicht so interessant. Oh, Vertragsereignis. Bin ja mal gespannt. Gute Neuigkeit. Du scheinst einige Aufmerksamkeit zu erregen. Hier. Das lag heute Morgen auf meinem Schreibtisch. Na, Fahrerangebot. Hier dann einen paar Tiefenwechsel. Uh, das sind ja etliche Teams. Teamwechseln. Bei der Leistung auf der Strecke hat das Interesse zu rivalisierender Teams geweckt. Sieh dir mal die Angebote an. Interessant ist er sich dabei. Vergiss nicht. Dass Teams auf bessere Erstverträge anbieten. Kann ich nichts anfangen. So, vier Angebote haben wir hier. Haas können wir haben, McLaren können wir haben und Toro Aosu können wir sogar. Zum zweiten Fahrer werden. Aber, ich bin generell ein ständiger Typ. Zeug mal. Und das Ziel war ja, als ich gesagt habe, wir wollen Ferrari angreifen, weil die mich ja gefeuert haben. Die Schweine. Daher bleibe ich meinem Team einfach mal treu. Weil ich sehr zufrieden bin mit dem Auto. Und ich bleibe. tschüss, 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 tschüss. Tja, regen wir also einiges in Aufmerksamkeit. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, können wir dann mal forschen, und zwar den Abtrieb, was uns vor McLaren bringt. Bam. Zack. Upgrade entwickeln bitte. Sehr schön. Dann schauen wir mal, wo das nächste Rennen stattfindet. Und da ist die Forschungsentwicklung auch schon wieder verraten. Die sind echt schnell, die sauberen Jungs. Wahnsinn, echt fix die Jungs, muss ich sagen. Das letzte Upgrade, das hat auch nur quasi von letzten Wochenende bis zum Ende letzten Wochenende bis zum Anfang nächsten Wochenende gedauert. Und hier ist es auch wieder der Fall. Abtrieb haben sie um plus 2,4% gesteigert. Das ist perfekt für die nächste Strecke. Weil wir da ein bisschen Abtrieb gebrauchen können. Es gibt viele tricky Coden. Jo, sehr gut. Oh, McLaren hat auch geforscht. Schade, sind wir doch nicht. Vor McLaren. Interessant. McLaren Hunter hat das Chassisgewicht seiner Autos verringert. Und den Fendanzinverbrauch hat er sagt. So, Weifen hat er ausgewogen. Gemischte Bedingungen auf der Strecke. Jo, gut. Alles klar. Das war ja mal sehr erfolgreich, würde ich sagen. Ich bin sehr zufrieden. Ich bedanke mich mal euch für das Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, über ein Abo, Like oder einen Kommentar. Und hoffe, ich sehe euch beim nächsten Grand Prix wieder. Beziehungsweise Video. Und wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss. Ich bin sehr shameful. Vielen Dank.